Die zweite Hälfte, ein echter Kracher und wieder Bänder. Gambo, keine 120 Sekunden nach dem Ausgleich, die erneute Führung für die Stuttgarter Kickers. Wahnsinn! Bashiru Gambo, der Mann, der in der letzten Saison aus Dortmund kam, alles nur kein Kopfballungeheuer. Das spricht für die Ahlener Abwehrstärke bei Standardsituationen am heutigen Nachmittag. Das ist der Schlammste, der Mann, der Mann und der Mann, der Mann. Das ist der Schlammste, der Mann, der Mann, der Mann und der Mann, der Mann. Das war sehr schwer, der Mann. Die 2-Tore-Führung für die Kickers. Und dann sind die wieder dran. Ogpala mit der Hacke, der eingewechselte Schlabbach. Und in der Mitte, Bashiru Gambo, 2 zu 5, 84. Minute. Das zweite Tor für den Ex-Dortmunder. Das ist der erste Saisonspiel. Der kleine Kader der Kickers, bis zur Position 15. Ganz fein, spielerisch, technisch. Und die Mannschaft erstaunlich weit für das erste Saisonspiel. Die Kickers feiern einen triumphalen Auftaktsieg. Und sie feiern Christian Okpalla. Die Kickers feiern einen triumphalen Auftaktsieg. Ja! Jawoll! Gambo. Nesic. Ein alter Bekannter hier am Ball. Gambo. Hat früher für Borussia Dortmund in der Haal Bundesliga. Ansonsten hat er den Durchbruch. Hat Tören aus der zweiten Mannschaft. Stürmer. Hat letzte Saison in 33 Spielen ein Tor erzielt. Ein Elfmeter. Bei Ramoic. Faulspiel vom Neuschalker. Vorteil.